Das ist Francesco. Francesco betreibt ein Feinschmecker-Restaurant. Sein Traum ist es, als hochrenommierter Koch berühmt zu werden. Dazu möchte er sein Restaurant sehr bekannt machen. Doch leider hat er damit keinen großen Erfolg. Durch die steigenden Einkaufspreise und den zunehmenden Konkurrenzkampf fällt es ihm immer schwerer, profitabel zu wirtschaften. Dann trifft er seine Freundin Ivana. Sie betreibt ihren Friseurladen sehr erfolgreich und erklärt ihm, dass er sich mehr darauf spezialisieren sollte, Laufkundschaft in Stangkundschaft umzuwandeln. Francesco gibt ihr Recht, meint jedoch, dass dies in der kurzen Besuchszeit nicht möglich ist. Da erzählt ihm Ivana von Klicktipp, die mithilfe dieser Lösung sehr erfolgreich ihre Kunden bindet. Francesco ist begeistert und wird direkt Klicktipp-Kunde. Mit wenig Klicks erstellt er eine Follow-up-E-Mail-Serie im grafischen Marketing-Cockpit. Dann fragt Francesco seine Gäste, ob sie bei ihrem nächsten Besuch 10% Rabatt haben möchten und an welche E-Mail-Adresse er den Rabattcode schicken darf. Die meisten Kunden willigen auf diese Frage dankend ein. Klicktipp verschickt automatisch den Rabattcode für Francesco und anschließend tolle Kochvideos mit leckeren Gerichten zum selber kochen. Die Kunden von Francesco sind begeistert und werden zu treuen Stammkunden. Das gute Essen in seinem Restaurant spricht sich schnell herum und schon bald essen die ersten Prominenten bei ihm. Die Medien werden auf ihn aufmerksam und erkennen dank seiner hochwertigen Kochvideos sein Talent vor der Kamera. Er bekommt seine eigene Fernsehshow und wird im ganzen Land bekannt. Francesco freut sich, dass er sich seinen Traum dank Klicktipp erfüllen konnte. Er gehört jetzt zu den renommiertesten Köchen im Land. Und sein Restaurant? Da muss man inzwischen drei Wochen vor einen Tisch reservieren, um einen Platz zu bekommen. Möchten auch Sie lernen, wie Sie Ihr Marketing, Ihren Vertrieb und damit Ihr gesamtes Unternehmen automatisieren? Dann senden Sie uns eine SMS mit Ihrer besten E-Mail-Adresse an plus 49 177 178 9378 und Ihre Freunde bei Klicktipp schicken Ihnen einen kostenlosen E-Mail-Marketing-Kurs, in dem Sie lernen, wie Sie mit weniger Aufwand viel mehr erreichen können. Klicktipp Minimaler Aufwand, maximale Wirkung